Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier bei mir. Und heute gibt's mal wieder nichts, was mit Minecraft Schule zu tun hat. Bald kommen auch wieder altbekannte Projekte wie Junos Leben, Stop Motions und noch mehr. Und heute stelle ich euch aber erstmal ein Slime vor, mal wieder. Ja, hier, das ist der Slime, den hab ich, glaub ich, auf einer Kirmes gewonnen. Ja, hab ich. Der ist sehr glibberig, wie ihr hier seht. Ja. Und das Blöde ist, erstens, er färbt manchmal extrem ab, wie man hier vielleicht an manchen Spuren auf der Tischdecke auch schon sehen kann. Und, ja, ja, es bleiben auch immer mal so kleine Partikel von dem Slime an der Hand kleben. Und das ist auch blöd, weil das dann erst mal ein bisschen dauert, bis man die wieder abkriegt. Und er wird ziemlich schnell dreckig. Aber trotz allem ist es ein ziemlich guter Slime vor zwischendurch. Und, ja, das war's mit dem Video. Ich knet den Slime jetzt nochmal weiter. Lasst ein Like und ein Abo da und ciao.